Ihre Frau hat sich heute Mittag aus dem Fenster gestürzt. Alte Häuser bieten in der Regel viel Stoff für gruselige Fantasien. Sucht man dann diese Orte auf, oft sind es Lost Places, finden sich dort Hinweise, die die Geschichten belegen sollen. Oftmals sind die Lost Places nur noch Ruinen oder verlassene Bauten. Oder manchmal, so wie beim Hochhaus 18 noch bewohnt, die alte Farbe und das Grauen, das sich dort abspielte, einfach überpinselt. Und schwere Kellertüren und geheime Eingänge zu den Katakomben, die auf keinem Plan des Gebäudes eingezeichnet sind, einfach zugeschweißt. Es ist eins von vielen Hochhäusern, ein ganz typisches, das zu DDR-Zeiten gebaut wurde, um der Wohnungsnot etwas entgegenzusetzen. Errichtet auf den Trümmern des Krieges. 1968. Vom volkseigenen Baukombinat Dresden. Soweit die offizielle Version. Wenn man allerdings einem alten Brief Glauben schenkt, den die Erben des Grundstücks 1822 erhalten hatten, wurde das Hochhaus 18 auf unheiligem Boden gebaut. Der Boden folgt dem Willen der unheiligen Zahl. Kein Stein, noch ein Stück Holz soll jemals darauf errichtet werden. Denn unsichtbar liegt das Tor zur Verdammnis im Schatten des heiligen Lichts. Die Warnung wurde offensichtlich in den Wind geschlagen und die alte Botschaft nach dem Krieg durch Planierraupen begraben, bevor sie dann weiterhin unbeachtet auf dem Dachboden landete. Die nun folgende Geschichte über Emmerich, der in diesem Hochhaus wohnte, wurde wie viele weitere Erzählungen aus dem verfluchten Hochhaus Nummer 18 in einer Art Kurzgeschichte festgehalten. Eine traurige und unglaubliche Geschichte. Um eine junge Familie. Ein Wunsch nach Kindern. Einem Selbstmord oder doch Mord. Und eine Irritation in Raum und Zeit. Emmerich lebte in dem alten Hochhaus, seit er denken konnte. Dort wohnte es sich für seine Zeit modern. Mit Zentralheizung, warmem Wasser und einem Extrazimmer für die Familienplanung. Drei Zimmerwohnungen waren heiß begehrt. War doch ein Großteil des Wohnraums in der jungen DDR ausgestattet wie zu Weltkriegszeiten. Ofenheizung, kalte Wände, riesige schwer beheizbare Räume, ein Klo auf der Etage und wenig Baumaterial auf dem Ladentisch, um sich das eigene Heim ein bisschen heimeliger zu machen. Die Wohnungen im Haus Nummer 18 hingegen protzten nur so mit Luxus. Ein innenliegendes Bad, Küche mit Durchreiche zum Wohnzimmer und eine Loggia. Emmerich hatte in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz, Informatik studiert. Oder wie es damals hieß, Rechentechnik und Datenverarbeitung. 1967 bekam er einen Job beim Kombinat Robotron, der größten Computerschmiede im sozialistischen Teil Deutschlands. 1970 heiratete Emmerich die schmächtige Julia, eine Kunststudentin, die ihre natürliche Schönheit hinter viel zu großen Kleidern und einer dicken Hornbrille versteckte. Während andere Frauen in den 70ern mit neuem Selbstbewusstsein und hochgesteckten Haaren bei wilden Partys ausgelassen die eingeleitete Emanzipation feierten, versteckte sich Julia in ihrem kleinen Zimmer im Studentenwohnheim. Ihrer lebensbejahenden, viel zu lauten Freundin Marion hatte sie es zu verdanken, dass sie Emmerich, Fasching, 1969 kennenlernte. Im Studentenwohnheim wurde eine große Party gegeben und Peter, Emmerichs Arbeitskollege, Abteilungsleiter, bester Freund und Frauenschwarm der Abteilung, hatte ihn überredet, unter Androhung von Gewalt, die Wissenschaft mal Wissenschaft sein zu lassen und mit ihm ein paar Mädels abzuschleppen. Du bist doch noch jung, Frau Emmerich. Eine bessere Gelegenheit, endlich mal was dagegen zu unternehmen, kommt so schnell nicht wieder. Ja, die Studentinnen haben jetzt wahrscheinlich schon alle einen Liter Rosenthaler Kadaka getankt. Wir müssen sie nur noch mit aufs Zimmer schleifen. Marion, Peters Bekannte, hatte vier Plätze an einem Tisch nahe der Tanzfläche besorgt. Sie hatte sich als Katze angescheußelt, so wie es damals hieß, über eine Freundin im Fundus des Dresdner Staatstheaters, eine Perücke mit spitzen Tierohren besorgt und trug als sonstiges Kostüm mehr oder weniger ihre schwarze Unterwäsche zur Schau. Hinten hatte sie sich einen Schwanz aus Kunstpelz angenäht. Peter ging als Cowboy mit weit geöffnetem Hemd, sodass jeder gezwungen war, seine Brustbehaarung zu bewundern, und einem alten Stetson-Westernhut auf dem Kopf, den ihm sein amerikanischer Onkel aus dem kapitalistischen Ausland geschickt hatte. Marion und Peter kannten sich offensichtlich nur flüchtig und entschieden sich, in den ersten fünf Minuten das zu ändern. Während Emmerich und Julia brav und steif neben den beiden saßen und jeden Blick Kontakt vermieden, fummelte Peter bereits an Marions Katzenschwanz, während seine Zunge tief in ihrem Hals verschwand. Zwischendurch verschlangen sie noch ein Bier und einen Wein, um weitere fünf Minuten später in Marions Studentenbude zu verschwinden. Emmerich trank sich Mut an und verwickelte Julia in ein Gespräch. Da er merkte, wie zögerlich, ängstlich und mit kargen Worten sie antwortete, schenkte er ihr regelmäßig nach, bis die beiden so locker waren, dass sie kichernd Hand in Hand auf ihrem Zimmer verschwanden. Schon am nächsten Tag waren sich beide sicher, dass sie die Richtigen füreinander sind. Ihre Introvertiertheit war ihr gemeinsamer Nenner und sie fühlten sich in ihrer Gesellschaft pudelwohl, da keiner vom anderen befürchten musste, verlassen zu werden. Eine unbegründete Angst, die sie aber beide teilten, geschürt und angelegt in frühester Kindheit durch ihre übergriffigen Eltern. Emmerich und Julia zogen eine Woche nach der Hochzeit in ihre neue Wohnung im Hochhaus Nummer 18. Sie hatten Glück. Ein sowjetischer Ingenieur, der die Wohnung gerade erst bezogen hatte, musste überraschend in seine Heimat zurück. Die Nachbarn schilderten, dass er in einer Nacht- und Nebelaktion verschwunden sei. Das Ersparte und das Hochzeitsgeld tauschten sie gegen eine hellbraune, hellerraue Anbauwand. Standardware in der damaligen DDR. Eine Sitzgruppe mit Couchtisch und eine flache Bank, die ein Sternradio schmückte. Ein Kassettenrekorder. Ebenso funktional und wenig hübsch wie Anbauwand und die Wohnung insgesamt war auch das Schlafzimmer eingerichtet. Nur der sehr alte Kleiderschrank. Ein Erbstück von Julias Tante stach aus dem sozialistischen Einheitsbrei hervor und passte gleichzeitig überhaupt nicht ins Bild. Es war aber noch etwas anderes, das die Aufmerksamkeit des Betrachters auf den Schrank lenkte. Die geschnitzten Ornamente, die aussahen wie mystische Symbole, erweckten im Dämmerlicht den Eindruck, als strahlten sie von innen heraus, wenn man nur lange genug hinschaute. Einbildung, beruhigte Emmerich seine Frau, die ihn darauf aufmerksam machte. Obwohl auch er die unheimliche Aura wahrnahm, die von diesem Möbelstück ausging. Oder vielmehr von dem Schrank und der Wand, die Emmerich einen seltsamen Traum in der ersten Nacht in der neuen Wohnung bescherten. Er schwebte an der Decke und sah sich selbst von oben mit dem Rücken zu ihm gewandt vor dem Kleiderschrank stehen. Aus den Ornamenten schien ein silbriges Licht, vielmehr pulsierte es. Das Leuchten wurde heller und drang nun aus jeder Ritze des Schranks, als gäbe es darin eine Lichtquelle, die immer stärker wurde. Noch viel beunruhigender war, dass es so aussah, als würde der Schrank mit der Wand in Verbindung stehen, als würde er aus der Wand herauswachsen. Er sah aus seiner Perspektive an der Decke schwebend sein Ich die rechte Hand vorstrecken und nach dem Knauf an der Schranktür greifen. Und er spürte, dass das nicht richtig war. Er wollte laut schreien, um das zu verhindern. Doch kein Laut drang über seine Lippen, als sein Ich sich plötzlich umdrehte und teuflisch grinste. »Na, Schatz, was hast du in der ersten Nacht in der neuen Wohnung geträumt?« fragte Julia ihren Ehemann. »Du weißt ja, es wird wahr.« »Ach so, dann sollten wir Tante Ilses Schrank lieber schnell loswerden. Irgendetwas darin treibt sein Unwesen und ich hoffe, es ist nicht Tante Ilse.« beendete er den Satz und lachte. Er glaubte nicht an Träume und Aberglauben, sondern an Zahlen und Fakten. Julia ging nicht weiter darauf ein. »Wir sollten das Kinderzimmer noch einrichten,« sagte sie mit gedämpfter Stimme und ihm blieb die Traurigkeit nicht verborgen, die ihr ins Gesicht geschrieben stand. »Was ist los, Schatz?« »Ach, nichts. Ich hatte nur auch einen seltsamen Traum. Ich stand in der geöffneten Tür des Kinderzimmers und sah einen Spiegel an der gegenüberliegenden Wand. Das Zimmer war leer, doch ich sah mich im Spiegel und wurde immer älter und älter, bis da nur noch eine alte Frau mit langen weißen Haaren stand, die mich böse anschaute.« Emmerich nahm Julias Gesicht in beide Hände, schaute sie liebevoll mit diesem sicheren Blick, bei dem sie sich so geborgen und zu Hause fühlte, an, und dann küsste er sie. »Schatz, lass uns ins Kaufhaus fahren und nach einem Kinderbettchen schauen.« Die nächsten Monate sonnten sie sich in ihrem jungen Eheglück. Julia legte ihre Zwischenprüfung ab. Emmerich arbeitete sich peu à peu bis an die Spitze der Abteilung, das Kinderzimmer nahm Form an und sie konnten sich sogar einen kleinen Urlaub an der Ostsee leisten. Nach einem Dreivierteljahr kehrten die merkwürdigen Träume wieder. Sie führten Emmerich von da an jede Nacht in eine düstere, fremde Welt, die mit dem Hochhaus in Verbindung zu stehen schien. Mal war das Erdgeschoss ein Lazarett, das streng bewacht wurde, und Emmerich musste sich über geheime Gänge im Treppenhaus hineinschmuggeln, um seine Frau aus der Geburtenstation zu befreien. Sie trug ein Bündel im Arm, in dem er ein Baby vermutete. Doch immer, wenn er nachschauen wollte und es aufwickelte, war es leer, und seine Frau schrie, wovon er aufwachte. In einem anderen Traum stand die Tür vom Kleiderschrank weit offen und eine unsichtbare Kraft wollte ihn hineinziehen. Aber bevor das passierte, wachte er schweißgebadet auf. Julia verstand die Welt nicht mehr. Auch sie hatte Albträume, auch bei ihr traten sie plötzlich auf und fast zum selben Zeitpunkt wie bei ihrem Mann. Immer wieder sah sie sich in einem leeren Kinderzimmer, sah ihr Spiegelbild und wie sie alterte. In ihren Träumen spiegelt sich die Angst wieder, dass sie keine Eltern werden können, erklärte ihr ihr Frauenarzt das Problem. Sie setzen sich zu sehr unter Druck? Lassen Sie es locker angehen! Er verschrieb ihr ein paar Vitamintabletten und schickte sie mit dieser Antwort wieder nach Hause. Sie probierten, soweit das möglich war, das Thema Kind erst einmal ad acta zu legen. Tatsächlich verschwanden ihre Träume. Seine nicht. Sie wurden sogar stärker. Irgendwie realer und was ungewöhnlich war, er konnte sich am nächsten Tag immer an alle Details erinnern. Einer dieser Träume wiederholte sich in immer kürzeren Abständen. Emmerich hatte nach dem Aufwachen immer das Gefühl, dass ihm dieser spezielle Traum etwas Wichtiges sagen wollte. Im Traum liegt er im Bett. Der Raum ist nicht komplett dunkel, da das Licht der Straßenlaterne vor dem Haus durch die Gardine leuchtet. Emmerich kann sich nicht bewegen. Er sieht im Augenwinkel, dass seine Frau tief und fest schläft. Er hört ein elektrisches Knistern, ein Flackern durch den Spalt des angekippten Schlafzimmerfensters. Die Laterne. Dann wird es still und schwarz vor seinen Augen. Emmerich wartet darauf, dass sich seine Augen an die plötzliche Dunkelheit gewöhnen. Doch das passiert nicht. Er sieht nichts. Er hört nichts. Und er kann sich nach wie vor nicht bewegen. Emmerich ist sich bewusst, dass sein Herz schneller klopft und sich sein Atem beschleunigt hat. Aber hören kann er das nicht. Dann sieht er einen gleißenden Lichtpunkt direkt am Fußende des Bettes, vielmehr an der Wand, da wo Tante Ilses Schrank steht. Der Lichtpunkt breitet sich nach oben und nach unten aus und wird zu einem dünnen Streifen. Emmerich erkennt, das Licht kommt aus dem Kleiderschrank, aus dem Türspalt, der sich geöffnet hat. Sein Verlangen, hinzugehen und nachzusehen, wird größer und größer. Er kann sich plötzlich bewegen, steigt aus dem Bett und stellt sich vor den Schrank. Die Tür ist nun halb geöffnet und Emmerich versucht, durch den Spalt im Lichtkegel irgendetwas zu erkennen, was ihm nicht gelingt. Er hat Angst. Gleichzeitig spürt er den Drang, die Schranktür weiter zu öffnen. Und dann? Dann wacht er auf. Als der Traum irgendwann jede Nacht wiederkehrte, entschied Emmerich, sich diesen Traum zu stellen. In einer der darauf folgenden Nächte, als er wieder vor der halb geöffneten Schranktür stand und in den silbrigen Lichtkegel schaute, griff er beherzt nach dem Türknauf und zog daran. Das grelle Licht blendete ihn. Ohne dass er sich daran erinnern konnte, einen Schritt getan zu haben, befand er sich nun im Inneren des Schrankes, das sich jemals ein undefinierbar großer Raum offenbarte. Das nebelhafte, helle Licht machte es ihm unmöglich, etwas darin zu erkennen. Emmerich schritt mutig weiter hinein und befand sich im nächsten Moment in der Kantine seiner Arbeitsstelle. Kein helles, undurchsichtiges Licht mehr. Kein Schrank. Er stand auch nicht mehr. Er saß jetzt. Gegenüber seinem Vorgesetzten und Freund Peter. An einem langen Tisch, an dem weitere vier Kollegen Platz genommen hatten. Vor ihm stand ein Tablett mit Alubesteck und ein Teller mit grünem Rand, auf dem Salzkartoffeln lagen, etwas Mischgemüse und ein Wolfsbarsch, der ihn anstarrte. Und grinste. Emmerich? Was? Emmerich war verwirrt. Er spürte, dass sich etwas verändert hatte. Er war noch in der Kantine, aber es fühlte sich nicht mehr an wie in einem Traum. Peter hatte seine Ellenbogen auf dem Tisch und sein Kinn auf seinen Fäusten abgestützt. Denkste gerade an Kartoffeln, die auch nach Kartoffeln schmecken und nicht nach Plaste, wie der Fraß hier? Ach, nee, ich bin wohl überarbeitet. Mensch, du und Julia, ihr müsst mal einen Gang runterschalten. Die Sache mit dem Baby, das ist wie bei unserer Arbeit. Gut Ding will Weile haben. Emmerich verzog keine Miene. Er dachte immer noch an den merkwürdigen Traum und Angst krochen ihm hoch. Wie zur Hölle bin ich hierher gekommen? Und wieso kann ich mich nicht daran erinnern? Emmerichs Onkel Hartmut ist in einem Sanatorium gelandet. Er hatte irgendwann Stimmen gehört und Erinnerungslücken bekommen. Sollte ihm das gleiche Schicksal blühen? Der Gedanke bereitete Emmerich Panik, denn er erschien ihm naheliegend. Hörst du mir überhaupt zu? Was? Emmerich, der mit einem Ohr hingehört hatte, wiederholte Peters Worte. Gut Ding will Weile haben, ja, ja. Ach ja, übrigens, leider sieht das das Ministerium anders. Die sitzen mir schon wieder im Nacken wegen des MOS-Schaltkreises. Hast du denn was, was wir denen mal zeigen könnten? Peter, sowas schneide ich mir nicht aus den Rippen. Ja, ja, weißt schon, aber du musst auch mich verstehen. Das interessiert die in Berlin nicht. Die Faseln von Planerfüllung und der Westen rennt uns davon. Emmerich, der immer noch auf den toten Fisch auf seinem Teller starrte, kratzte sich unter dem Metallbügel seiner Brille am rechten Ohr. Peter, ich bin dran. Brauchst du mehr Geld? Ich meine, Westgeld. Mehr Leute. Ja, ja. Vor allem brauche ich keinen nervigen Chef, der mir in den Ohren liegt. Ach, Emmerich, versteh mich mal. Ich will doch meinen genehmigten Urlaub nicht an den Chefern der Endmontage abgeben müssen. Im Sommer geht's nach Ungarn an den Ballaton. Da sollen sogar ein paar ausgehungerte Mädels aus der BRD am Strand rumliegen. In knappen Bikinis, die nur darauf warten, dass ihnen einer von uns zeigt, wo Hammer und Zirkel hängen. Peter lachte sich halbtot über seinen Spruch, nahm sein Tablett, stand auf und ging Richtung Geschirrrückgabe. Nächsten Monat fahre ich nach Berlin. Da sollten wir wenigstens was Schriftliches vorzeigen. Zur Not schicke ich dich zum Spionieren in den Westen, rief er Emmerich zu und lachte wieder viel zu laut. Doch das bekam er nicht mit, denn Emmerich verlor das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war er in Peters Büro. Er lag auf einer Krankenliege. Vor ihm stand ein Volkspolizist und daneben stand Peter, der sich nicht traute, ihm in die Augen zu schauen. Emmerich, geht's wieder? Emmerich richtete sich auf und verzog sein Gesicht. Ein spitzer Schmerz hämmerte in seinem Kopf. Emmerich, du hast dich voll lang gelegt. Ich hab lieber mal eine Sankrager rufen. Ein Krankenwagen? Emmerich versuchte sich zu konzentrieren und zu erinnern. Was ist denn los? Peter schluckte und zögerte mit der Antwort. Du weißt es nicht mehr? Emmerich schaute ihn fragend an. Deine Frau, Julia, also der Genosse Volkspolizist, der Mann in grüner Uniform mit weißer Schirmmütze, beendete Peters Satz mit der Empathie eines Ziegelsteins. Ihre Frau hat sich heute Mittag aus dem Fenster gestürzt. Es war nun ein Jahr her, seit Emmerich seine Frau verloren hatte. Seither hatte er sich in seine Arbeit gestürzt und in seiner Wohnung verbarrikadiert. Er funktionierte, aber er fühlte sich innerlich tot. Auch die merkwürdigen Träume waren verschwunden. Manchmal meldete sich der Schmerz doch zu Wort. Dann betäubte er ihn mit Alkohol. Auch an diesem einen Abend. Emmerich saß auf dem Bett in seinem Schlafzimmer, hielt eine Flasche mit Weinbrand in der linken Hand, drehte mit der rechten den Schraubverschluss ab, nahm ein paar kräftige Schlucke. Viel zu hastig. Ein Schluck Goldkrone kam ihm in die Nase und er pustete ihn aus. Wütend schleuderte Emmerich die Flasche in die Zimmerecke am Fenster und blieb eine Weile am Bettende sitzen. Minutenlang starrte er Tante Ilses Schrank an. Er bildete sich ein, dass die Schnitzereien zu Gesichter wurden. Nein, Fratzen! Eines der Blumenornamente grinste ihn hämisch an. Hörst du über mich? Emmerich sprang auf, wankte zum Schrank, lehnte sich gegen die Seite und stemmte sein Gewicht dagegen. Dann brüllte er los. Nein! Scheißschreck, du Arsch! Du verdammtes Scheißschrecksting! Du hast meine Frau umgebracht! Der schwere Holzschrank antwortete mit einem Ächzen und Knarren, gab dem Druck nach und setzte sich widerwillig in Bewegung. Emmerich schob ihn so lange an der Wand entlang, bis ihm die Arme versagten und er schluchzend auf die Knie sank. Er weinte bitterlich und verharrte minutenlang wimmernd und kniend auf dem Fußboden. Dann bemerkte er einen Luftzug an seiner Wange. Mit dem Handrücken wischte er sich die Tränen aus den Augen, schniefte kräftig und schaute über seine rechte Schulter. Ein Riss in der Tapete zog sich quer über die Wand bis zum Schrank. Der rostige alte Nagel! Emmerich wollte ihn am Umzugstag noch aus der Rückwand von Tante Ilses Schrank ziehen, doch er hatte die Kneifzange nicht gefunden und den Schrank einfach samt Nagel an die Wand geschoben. Der seichte Luftstrom kam aus einer Stelle des Risses direkt in Kopfhöhe. Emmerich drückte sich hoch, wankte kurz. Er hatte die Wirkung des Weinbrands unterschätzt und hielt sich mit beiden Händen vorn übergebeugt am Schrank fest. Als er sich wieder gefangen hatte, holte er ein Messer aus der Küche und schnitt damit in die Tapete. Genau an der Stelle, aus der die Luft austrat. Dann zog er die Klinge senkrecht erst nach unten, dann nach oben und eine Armlänge über den Kopf horizontal in Richtung Schrank, bis sie anschlug. Er schmetterte das Messer in die Ecke, das neben der inzwischen leeren Flasche landete, fingerte an der eingeschnittenen Tapete, bis er einen Schnipsel zu fassen bekam und zog langsam aber bestimmt ein großes Stück von der Wand ab. Eine fast unsichtbare Tür kam zum Vorschein. Statt einer Klinke war ein Türgriff eingelassen. Emmerich zögerte keinen Moment. Die halbe Flasche Goldkrone hatte aus dem sonst zurückhaltenden, introvertierten, einen todesmutigen, wütenden Mann gemacht, der energisch den Griff drehte und die Tür grob aufdrückte. Emmerich trat in den halbdunklen Raum dahinter und entdeckte den Grund für den Luftzug, nachdem er den Lichtschalter, den er neben dem Eingang ertastet hatte, betätigte. Ein Kanal, der an der gegenüberliegenden Wand verlief, hatte ungefähr in der Mitte eine handtellergroße Öffnung. Dahinter verliefen unzählige Kabel und jemand hatte wohl vergessen, den Deckel draufzudrücken, der noch am Boden lag. Emmerich war überrascht. Der Raum war winzig. Nicht unheimlich und schier endlos wie in seinen Träumen. Eine Kammer, vielleicht sechs Quadratmeter groß. An der Decke hing eine Neonlampe, die gelbes Licht spendete. In der Kammer stand ein quadratischer Tisch, auf dem ein merkwürdiger, chromfarbener Würfel platziert war. Er hatte ungefähr die Größe einer Armlänge. Emmerich setzte sich auf den grau gepolsterten Aluminiumstuhl, der am Tisch stand, und betrachtete die merkwürdige Apparatur. Ein grünes Kabel auf der Rückseite steckte in der aufmontierten Steckdosenleiste an der Wand. Auf der Oberseite waren vier Röhren aus Glas aufgelötet. Jeweils davor befand sich ein silberner Kippschalter und rechts daneben ein roter, runder Knopf. Hinter den Röhren gab es eine durchsichtige Abdeckung, unter der sich eine LED-Anzeige versteckte. Er hob den Apparat vorsichtig an und drehte ihn. Jetzt konnte er sehen, dass noch ein weiteres Kabel mit dem Würfel verbunden war. Er erkannte die Schnittstelle sofort. Die Maschine war vermutlich mit einem Netzwerk verbunden. Ha! Eine IFLS-Verbindung! Damit konnten Computer über kilometerweite Strecken miteinander kommunizieren. Eigentlich wurde sie zur Verbindung von Großrechnern eingesetzt. Was ist das? Die komplette Front des Würfels war aus einem milchigen Glas und an der linken Seite war ein sehr schmales Schwanenhalsmikrofon angebracht. Emmerich war schlagartig nüchtern. Sowas hatte er noch nie zuvor gesehen. Seine Neugier war geweckt. Emmerich betätigte alle vier Kippschalter. Die Röhren glimmten auf und wurden schnell heller. Auch die LED-Anzeige leuchtete und zeigte eine vierstellige Zahl. Na dann? Entschlossen drückte Emmerich den roten Knopf. Es surrte und der Würfel fing an zu vibrieren. Die milchige Oberfläche der Glasfront verschwand und leuchtete in einem warmen, angenehmen, weißen Licht. Kurz darauf reihten sich schwarze Schriftzeichen von links nach rechts, die er nicht entschlüsseln konnte. Sie hatten Ähnlichkeit mit ägyptischen Hieroglyphen. Ein Bildschirm. Nur hatte dieser eine so brillante Auflösung, wie Emmerich sie noch nie zuvor gesehen hatte. Ich denke, wenn ich das Peter präsentiere, kann er den Rest des Jahres Urlaub am Ballaton machen. Doch Emmerich entschied sich anders. Er wusste, würden die in Berlin erst mal Wind von der Sache bekommen, würden sie den Würfel einpacken und er würde ihn nie wieder zu sehen bekommen. Emmerich hatte eine neue Aufgabe. Sie half ihm, seinen Schmerz noch weiter zu vergraben. Was war das für ein Ding? Er schraubte den Kasten auf und nahm ihn auseinander. Akribisch untersuchte er jedes einzelne Bauteil. Viele der Elemente waren ihm bekannt und er erkannte sie aus den Computersystemen, die er selbst zusammengebaut hatte, oder aus den Rechnern, die sie aus dem kapitalistischen Ausland für die Recherche besorgt hatten. Aber einige der Komponenten waren ihm völlig fremd. Er experimentierte nun jeden Abend mit der merkwürdigen Kiste. Das Kabel in der Wand, das in irgendein Rechenzentrum führte, hatte er vorsichtshalber gekappt. Doch er brauchte eine Gegenstelle. Emmerich baute sich dafür einen Computer zusammen, den er aus einzelnen Bauteilen selbst zusammenstellte. Eine Beschaffungsmaßnahme für den Fortschritt. Anders gesagt, er klaute sie sich aus dem Betrieb seines Arbeitgebers zusammen. Eine heikle Sache, da sowas recht schnell auffiel bei der Materialknappheit, die in der DDR herrschte. Fast ein halbes Jahr konnte Emmerich ungestört an dem mysteriösen Würfel forschen. Er verstand, dass es sich um einen Rechner mit unglaublicher Arbeitsleistung handelte. Das Betriebssystem war selbstlernend. So was sollte es gar nicht geben. Doch er konnte den Quellcode nicht lesen. Auch beim Dechiffrieren der Hieroglyphen, die auf dem Bildschirm zu sehen waren, kam er keinen Schritt weiter. Er wusste, für den großen Durchbruch musste er das verdammte Ding an ein Rechenzentrum anschließen. Also packte Emmerich den Würfel in einen alten Karton und schmuggelte ihn am Pförtner vorbei in den Betrieb. »Bringst dir wohl Arbeit mit auf die Arbeit?« fragte der argwöhnisch. »Ein Geschenk für den Chef. Hat doch nächste Woche Geburtstag.« Im großen Rechenzentrum hinter dem Hygienemuseum gab es einen Raum, der bis auf ein paar Putzmittel leer stand. Eine Abstellkammer, die keiner mehr nutzte, da sie ungünstig hinter dem Großrechner platziert war. Emmerich wusste davon, weil dort Peter gelegentlich mit Kolleginnen zur gemeinsamen Mittagspause verschwand und damit geprahlt hatte. Bis ich das so weit rumgesprochen hatte, dass keine Kollegin mehr mit Peter Mittag essen wollte. Ein idealer Platz für Emmerichs geheime Experimente. Er hatte Zugriff auf den Großrechner und konnte unauffällig ein Kabel bis in die Kammer ziehen. Es war erstaunlich, was die kleine silberne Kiste alles offenbarte. Emmerich verstand das Prinzip von Tag zu Tag besser, und nutzte den Großrechner, um das Betriebssystem zu entschlüsseln. Er konnte der künstlichen Intelligenz des Würfels nun Befehle erteilen und beauftragte, sie sich selbst zu offenbaren. Jeden Tag kam Emmerich dem Geheimnis einen Schritt näher. Er wusste jetzt schon, diese Technologie würde die Welt verändern. Das Kichern hinter der Tür, das immer lauter wurde, ließ Emmerichs Alarmglocken schrillen. Doch es war zu spät, um sein Geheimnis zu verbergen. Die Tür wurde aufgestoßen und eine verdutzte Blondine stolperte herein. Direkt dahinter Peter, der mit einer Hand an ihrem Hintern die Situation blitzschnell analysierte und die junge Frau am Arm wieder hinauszog, bevor sie sich ein genaueres Bild machen konnte. Hier ist besetzt, zischte er der Frau zu und schloss die Tür. Emmerich war aufgeflogen. Keine 15 Minuten später kam Peter zurück und schaute Emmerich fragend an. Er erzählte ihm alles. Von der Kammer hinter der Wand, seinem Fund und was er schon Erstaunliches herausgefunden hatte. Peter versprach, das Geheimnis zu hüten und ließ Emmerich weiterforschen. Er machte Fortschritte. Das heißt, die künstliche Intelligenz, die er entdeckt und aktiviert hatte, machte Fortschritte. Emmerich nahm alles wissbegierig auf. Seinen tiefen Schmerz konnte er ausschalten, umso tiefer er sich in seine Arbeit stürzte. Am Tag konnte er manchmal die Trauer fast vergessen. Zuerst entschlüsselte er die kryptischen Zeichen. Dann schrieb er eine Software und benutzte dafür Codezeilen, die ihm die KI vorschlug. Irgendwann fand er heraus, wozu das Mikrofon angebracht war. Es diente zur Spracheingabe. Nach sechs Wochen hatte Emmerich herausgefunden, wozu der kleine silberne Würfel imstande war und was seine eigentliche Aufgabe war. Stolz teilte er Peter bei einem Abendessen im Restaurant Bastail an der Prager Straße mit, dass er den Würfel entschlüsselt hat bzw. der Würfel sich selbst. Sie feierten bis in die Nacht hinein und Emmerich konnte bei Schaumwein und Grillteller für einen Moment vergessen, was für unendliches Leid ihm zugestoßen war. Am nächsten Tag stürmte Emmerich in Peters Büro. Du musst mir helfen. Ich muss abhauen. Emmerich stellte den großen alten Karton auf Peters Schreibtisch und zog ihn am Arm zum Fenster. Siehst du da unten beim Pförtner? Die Leute? Die Stasi? Emmerich nickte. Na und? Sabine hat mir gesteckt, dass die nach mir gefragt haben. Na ja, lass sie doch. Du hast ja nichts Verbotenes gemacht. Und solange ich meine Hand für dich ins Feuer lege. Peter, vielleicht haben die mitgekriegt, dass ich die Verbindung von dem Würfel gekappt habe oder dass ich mich in den Großrechner gehackt habe. Was wissen wir denn, was die wissen? Selbst wenn, das ist doch eine große Sache, was du rausgefunden hast. Keiner kann dir was. Schließlich hast du deine Geheimnisse ja nicht an den Staatsfeind verraten. Hast du doch nicht, oder? Emmerich legte beide Hände flach auf Peters Schultern und schaute ihn eindringlich an. Peter, was ich rausgefunden habe, das darf nicht nur eine Seite wissen. Das verändert alles. Scheiß auf die Politik. Das wird die ganze Welt verändern. Peter nickte und antwortete mit ruhiger Stimme. Gut. Ich weiß, wie ich dich hier rausbringen kann. Es gibt im Keller einen geheimen Gang, der nach draußen führt. Lass mich raten. Da machst du, seit ich deinen Raum in Beschlag habe, deine Mittagspausen? Peter grinste schief, nahm den Karton und reichte ihn Emmerich. Los, die sind bestimmt gleich oben. Zügig liefen die beiden Richtung Treppenhaus. Peter stoppte. Andere Richtung. Emmerich konnte aus dem Augenwinkel sehen, dass sich zwei Typen mit Helga, einer technischen Zeichnerin, unterhielten. Eine zierliche Brünette mit Kurzhaarfrisur, die kurz aufschaute und dann in seine Richtung zeigte. Los! Peter schob Emmerich in die entgegengesetzte Richtung. Sie gingen jetzt nicht mehr, sie rannten. Halt! Stehen bleiben! Riefen die Windjackenträger quer durch das Großraumbüro. Ganz am anderen Ende führt eine Glastür nach draußen. Notausgang. Peter riss die angebrachte Plombe von der Klinke, öffnete die Tür und schob Emmerich samt Karton in ein kleines, fensterloses Treppenhaus. Der stolperte, streckte Peter den Karton entgegen und konnte sich mit der frei gewordenen Hand gerade noch am Geländer festhalten. Peter schaute über die Schulter und sah, wie die Verfolger, inzwischen waren es vier, sich offenbar verteilt hatten. Es würde nicht lang dauern, bis sie das Treppenhaus und die aufgebrochene Plombe entdecken würden. Weiter! Peter behielt den Karton und lief vor. Im Keller verliefen drei Gänge in unterschiedliche Richtungen. Sie waren nur notbeleuchtet, sodass man kaum etwas erkennen konnte. Peter nahm den linken Gang, der ziemlich schmal war, und bis ans Ende des Gebäudes führte. Rechts und links waren Türen. Es würde eine Weile dauern, bis die Stasi-Leute jeden einzelnen Raum abgeklappert hätten. Emmerich rannte Peter hinterher, der am Ende des Gangs auf die letzte Tür auf der linken Seite zeigte. Peter gab Emmerich den Karton zurück und öffnete sie. Wir haben sie erst mal abgehängt! Der Kellerraum war unübersichtlich. Es verliefen dicke Rohre unter der Decke und ein Transformator, der laut brummte, versperrte die Sicht auf das Ende des Raums. Peter wusste genau, wohin er wollte. Er schlängelte sich zwischen dem brummenden Ungetüm hindurch, bis sie zu einer Sicherheitstür aus Stahl kamen. Rechts neben der Tür war ein kleiner grauer Kasten angebracht, mit einem elektronischen Zahlenschloss. Wow! Emmerich hätte nicht vermutet, so etwas hier zu finden. Was ist das? Hm, na ja, wenn ich dir das erzähle, muss ich dich anschließend töten. Emmerich sagte nichts und legte bloß die Stirn in Falten. Peter lachte. Sei mal still! Er konnte zwischen dem lauten Brummen des Transformators Stimmen hören. Jetzt mach schon die verdammte Tür auf! Du hast doch den Code, oder? Ja, ja, ist ja gut. Nachdem Peter vier Ziffern eingetippt hatte, war das Klacken des Schließmechanismus zu hören. Peter legte die Hand auf den Türgriff und zögerte. Wollen wir uns nicht doch lieber mit den Heinis von der Stasi unterhalten? Wir kriegen mächtig Probleme, wenn wir das hier durchziehen. Und wo wollen wir überhaupt hin? Egal, erst mal raus hier. Das ist zu wichtig, glaub mir. Ich kenne jemanden im Westen, der ist am Wochenende in Berlin. Mit dem können wir uns treffen, der wird uns bestimmt helfen. Wie du willst. Peter zog den Griff nach unten und schob die schwere Tür auf. Genosse fehlt hart. Zwei der grauen Windjacken, die Emmerich im Großraumbüro gesehen hatte, standen direkt hinter der Tür. Begleitet von zwei Volkspolizisten in ihren grünen Uniformen. Peter räusperte sich. Genosse Bunsel? Emmerich stand da wie angewurzelt, mit offenem Mund und er merkte, wie ihm heiß und kalt wurde. Du, du verfluchtes Schwein! Einer der Polizisten griff von hinten um Emmerichs Hals, bevor der sich auf Peter stürzen konnte. Weißt du, Emmerich, du hast einfach die falsche Entscheidung getroffen. Das hast du immer gemacht. Und Peter deutete auf den Karton, den Emmerich fest umklammert hielt. Du hältst dich immer an den falschen Dingen fest. Auch deine Kleine. In unseren Akten steht, dass Julia schwer depressiv war. Es war abzusehen, dass sie sich irgendwann umbringt. Ich hab dir das mal durch die Blume gesagt, aber du hörst ja fast nie auf mich. Emmerich ließ den Karton fallen und riss sich los. Bevor er Peter ins Gesicht schlagen konnte, verdrehte ihm einer der Stasi-Leute den Arm. Der zweite legte ihm Handschellen an. Peter hob den Karton auf, würdigte dabei Emmerich keines weiteren Blickes und ging zurück in sein Büro. Er nahm den Würfel aus dem Karton und stellte ihn auf seinen Schreibtisch und verließ den Raum. Fünf Minuten später schaltete sich der Kasten selbstständig ein. Auf dem weißleuchtenden Screen erschien in hellroten Buchstaben eine Zeile. Programm Julia aktiviert. In der LED-Anzeige leuchteten im gleichen alarmierenden Rot die Ziffern 2-0-0-8. Eine zweite Zeile erschien auf dem Bildschirm des Würfels mit zwei Dotcom-E-Mail-Adressen und noch eine letzte Zeile. Verbindungsaufbau Silicon Valley 2008 Der kleine Lautsprecher an der Unterseite des Würfels fing erst an zu knistern und eine computergenerierte Stimme sagte, Hallo, ich bin Alexa-N-Dra-Null-Siri-Usch-Eins. Ich bin eine selbstlernende, sprachgesteuerte Software. Tja, das war sie, die erste mysteriöse Geschichte aus dem Hochhaus 18. Es war aber nicht die letzte. Ich habe gehört, dass Sie sich für das Hochhaus 18 interessieren. Vielleicht habe ich da was für Sie. 1983 gab es da einen Vorfall. Bewohner hatten die Polizei gerufen, dass ein Selbstmörder auf dem Dach sei. Der Mann hatte aber behauptet, er wollte sich gar nicht umbringen. Er käme aus der Zukunft und wollte ins Jahr 2039 zurückspringen. Interviewen können Sie den leider nicht, denn der ist tatsächlich gesprungen. Und jetzt kommt das Mysteriöse. So eine Leiche hat man nie gefunden. Gerhard Lohmann zog am 31. Dezember 1978 ins Hochhaus 18 in Dresden. Weitgehend unbemerkt von den anderen Mietern, denn die hatten nur Augen und Ohren für ein beherrschendes Thema. Zu diesem Jahreswechsel schien in ganz Deutschland die Welt unterzugehen, auch in der damaligen DDR. Ein Schneechaos hatte das Land im Griff und alle redeten nur über das Wetter und unter vorgehaltener Hand darüber, dass die Betonköpfe in Berlin die Lage nicht in den Griff bekommen würden. Lohmann humpelte ins Foyer des Hochhauses zum Fahrstuhl und bezog mit lediglich einer Campingklappliege, ein paar Kisten und zwei Koffern, eine Einzimmerwohnung mit Balkon im sechsten Stock. Er musste seine paar Sachen nicht weit schleppen. Die Wohnung lag im Flur gleich links neben dem Fahrstuhl. Am Ende des Flurs ging ein kurzer Gang t-förmig nach links und rechts. Dort befanden sich jeweils eine Dreizimmerwohnung für junge Familien. In einer wohnte Michael. Micha, ein neunjähriger Junge mit seiner Mutter. Micha war an diesem Tag der Einzige, der Lohmann bei seinem Einzug beobachtete. Heimlich lugte er um die Ecke und überlegte kurz, ob er dem humpelnden Mann helfen sollte. Er traute sich nicht. Lohmann war nach seiner Einschätzung vielleicht 35 Jahre alt und ungefähr 1,80, also so alt und groß wie sein Vater oder Erzeuger, wie ihn seine Mutter nannte und wenig liebevolle Worte für den Kerl übrig hatte, der sie vor zwei Jahren sitzen ließ. Nachdem Michas kleiner Bruder Lars beim Spielen vom Balkon des 14. Stocks gestürzt war. Micha sah seinen Vater nur noch dreimal im Jahr an einem Wochenende. Denn er lebte jetzt in Rostock in einer neuen Wohnung mit einer neuen Frau, die ihm gerade ein neues Kind schenkte. Er brauchte Micha und sein altes Leben scheinbar nicht mehr. Micha beschloss ihn deshalb lieber zu verdrängen, speicherte ihn wie von seiner Mutter eingebläut als Kindsvater und Erzeuger ab und flüchtete sich in seine Fantasie. Und die war überbordend. Zu allem, was Micha sah und erlebte, gesellte sich in seinen Tagträumen Seltsames und Geheimnisvolles. Manchmal sah er Lichter aus dem Nirgendwo, durchscheinende Wesen und hörte Klänge, die ihn an Musik erinnerten. Er stellte sich dann vor, so würden Engel singen. Für Michael verschwamm die Grenze zwischen Realität und Traum. Und so vermutete er eine Welt hinter der Welt, die nur er sehen konnte. Diese Flucht in seine Gedankenwelt bereitete ihm gute Gefühle. Und irgendwann stellte er seine wundersamen Gedanken nicht mehr in Frage. Beim ersten Anblick von Lohmann war ihm deshalb nicht klar, war der humpelnde neue Nachbar tatsächlich echt? Oder ein Wesen aus der Welt hinter der Welt. Er konnte ihn gut sehen. Keine Einbildung. Ein Mann mit wilden, halblangen Haaren, einem braunen Vollbart und einem alten, braunen Tranchcoat. Strähnen hingen ihm ins Gesicht und Micha wunderte sich, weil es fast so aussah, als hing sie absichtlich dort, um etwas zu verbergen. Junge! Alles in Ordnung? Herr Doberstedt, der Mann aus der Wohnung rechts nebenan, stand mit Gehstock und Filzpantoffeln auf dem Fußabtreter vor seiner Wohnungstür und guckte Micha mit Sorgenfalten auf dem großväterlichen Gesicht an. Erschrocken zog Micha sein Köpfchen ein und hastete zurück in Richtung Wohnungstür. Ja, ja, antwortete Micha. Geh ins Bett, Junge. Deine Mutter hat gesagt, du sollst nicht wieder im Wohnzimmer auf der Couch einschlafen. Ich guck nachher noch mal nach dir. Gut, Herr Doberstedt. Micha war wie jeden Abend allein zu Hause, seit sein Vater ausgezogen war. Doberstedts, das benachbarte Rentner-Ehepaar, hatten angeboten, immer mal nach dem Rechten zu schauen. Michas Mutter war Nachtschwester in der Polyklinik, also musste Micha sich alleine Abendbrot machen und danach selbst ins Bett bringen. Das bereitete ihm Unbehagen, denn er war fest davon überzeugt, dass die Heizung in seinem Zimmer lebendig war. Manchmal ächzte sie und manchmal lachte sie dumpf und düster aus den Rohren. Sie lachte ihn aus, natürlich. So kam es Micha jedenfalls vor. Vor seinem Zimmerfenster flackerte seit vier Monaten die Straßenbeleuchtung. Immer wenn Micha sich bei Dunkelheit ins Parterre des schmalen Doppelstockbett legte, schoben sich bald darauf in seiner Fantasie Schattenwesen durch den Fensterspalt und krochen an der Wand entlang, um ihm seine Fratze zu zeigen. Sie waren wegen Lars da. Er hätte besser auf seinen kleinen Bruder aufpassen müssen, dachte Micha. Er musste an das leere Etagenbett denken über seinem Kopf. Und er wusste, die Fratzen würden eines Nachts, wenn er schlief, den Tod seines Bruders rächen. Es sei denn, er würde es wieder gut machen und etwas Böses umbringen. Das hatte ihm eine der Fratzen in einem Traum verraten, der sich seit Ewigkeiten jede Nacht wiederholte. Und es muss etwas aus Fleisch und Blut sein. Ein Menschenopfer mit einer verdorbenen Seele. Würde er niemanden finden, kämen sie eines Nachts, um ihn aufzufressen. Soweit wollte Micha es nicht kommen lassen. Vorsorglich zog er die Decke über den Kopf. Und er war sich sicher, würde er einschlafen, würden sie von der Wand steigen und es wäre um ihn geschehen. Er musste einen Weg finden, sie zu bändigen. Sie waren mächtig, das war klar, als er auch mächtige Verbündete. Wenn er sie nur auf seine Seite ziehen könnte. Vielleicht eines Tages. Bis es soweit war, musste er sich erst einmal verstecken. Micha wartete deshalb, bis er hörte, wie jemand den Schlüssel an der Wohnungstür drehte und stellte sich schlafend, bis Herr oder Frau Doberstedt ihren Rundgang beendet hatten, um es sich dann im Wohnzimmer mit laufendem Kassettenradio auf dem Sofa bequem zu machen. Besonders gut einschlafen konnte er, wenn samstags eine neue Folge seiner Lieblingsfamilie, die Neumanns, im Radio lief. Die kleinen Streitigkeiten und die vertrauten Stimmen ließen ihn seine Angst vergessen. Er bildete sich dann ein, dazu zu gehören. In der restlichen Woche hörte er sich alte Folgen an, die er auf Kassette aufgenommen hatte und in einem weinroten Spielzeugkoffer aufbewahrte, der neben dem dunkelgrünen Klappsofa gleich am Kopfende stand. Dann konnte er einschlafen und für einen Moment seine Einsamkeit und sein monströsestes Problem vergessen. Das war zwei Jahre älter als er, hieß Bert, war 1,52 Meter groß, hatte dicke Paus Backen und Pranken wie Teller. Der Junge aus dem vierten Stock, der ihm sein Schulbrot abzog, ihn schubste, wenn er ihm begegnete und vor allen anderen Kindern im Haus auf fieseste Art demütigte. Wisst ihr, warum die Mutter von dem Zwerg abends nie zu Hause ist? Die bläst dann Schwänze, damit ihr jemand das Auto repariert oder den Garten von der Datsche umbuddelt. Das anschließende Gelächter hörte Micha nur dumpf, als käme es aus der Ferne. Er hatte eine Superkraft. Er konnte in eine andere Dimension flüchten, musste nicht mehr zuhören. So war er in der Lage, den ganzen Hass zu ertragen, bis ihn ein brutaler Faustschlag zurück in die Realität holte. Körperlich wehren konnte sich Micha nicht. Er wog nur 1498 Gramm, als er viel zu früh auf die Welt kam. Er war heute sehr schmächtig, für sein Alter zu klein, und stotterte. Meine Mutter ist Krankenschwest. Weiter kam er nicht, denn das Hallen der Lachen der anwesenden Kinder übertönte ihn. Dann schloss er wieder die Augen und flüchtete in seine Fantasie. Manchmal stellte er sich bei den demütigenden Begegnungen vor, dass ihm seine Geister helfen könnten. Er würde Bert und alle verfluchten Kinder, die über ihn gelacht haben, unter einem Vorwand auf den Balkon vor dem Treppenhaus in den 14. Stock locken und dann seine Schattenfratzen aus dem Schlafzimmer bitten, allesamt übers Geländer zu stoßen. Die Kinder, die ihn nur auslachten, hätten einen schnellen Tod verdient. Ein spitzer Schrei, dann der Aufprall, das war's. Nur bei Bert stellte er sich vor, dass es langsam gehen würde, dass Bert auf dem Weg nach unten in jedem einzelnen Stockwerk mit dem Schädel an die Hauswand klatschen und dann im Gebüsch auf dem Vorplatz landen würde. Zwar schwer verletzt, aber noch am Leben. So lange, dass Micha mit dem Fahrstuhl nach unten fahren könnte, um ihm ins Gesicht zu urinieren und dabei zu lachen. Bis Bert aufhören würde zu atmen. Die schrille Klingel an der Wohnungstür hatte kein Erbarmen. Micha öffnete die Augen, kniff sie aber gleich wieder zusammen, weil ihm die Sonnenstrahlen blendeten, die durch die Balkontür fielen. Er lag wie jeden Morgen auf der Wohnzimmercouch. Jetzt gesellte sich zum schrillen Klingeln das lallende Keifen seiner Mutter aus dem gegenüberliegenden Schlafzimmer. Micha, mach doch mal auf! Der Stand der Sonne verriet, dass es noch recht früh am Morgen sein musste. Michas Mutter war wahrscheinlich erst vor kurzer Zeit von der Nachtschicht gekommen, hatte zwei Faustan mit einer halben Flasche Rotwein runtergespült, damit die Schlaftabletten möglichst schnell ihre Wirkung entfalten konnten. Wer ist da? Ich! Herr Lohmann, der neue Nachbar, also den Gang runter am Fahrstuhl. Bin gestern eingezogen. Micha öffnete langsam die Tür. Wie du ja weißt. Micha schwieg und schämte sich ein bisschen dafür, dass er den Mann am Tag davor heimlich beim Einzug beobachtet hatte. Er hatte es wohl bemerkt. Tag! Der Fremde streckte Micha seine Hand entgegen und lächelte. Micha konnte die sanften Gesichtszüge erkennen. Vom rechten Teil des Gesichtes, der nicht von langen, braunen Haaren verdeckt war. Zögerlich streckte Micha seinen Arm aus und gab Lohmann die Hand. Du bist? Michael Zimmermann. Also Micha. Freut mich. Weißt du, Micha, ich kenne hier noch niemanden, außer dir. Ich glaube, du wolltest mir gestern helfen, richtig? Micha stotterte. Ich, ich, ja. Lohmann übernahm schnell das Gespräch, damit Micha sich nicht weiter schlecht fühlen musste. Weißt du, ich bin nicht nur dein neuer Nachbar. Ich habe hier auch eine Arbeit angenommen. Ich soll mich um das Haus kümmern, falls da was kaputt geht. Also Klempnern oder Birnen austauschen. Auch die von Straßenlaternen? Weiß nicht. Warum? Vor meinem Fenster nervt so ein blinkendes Moment, so eine blöde Laterne. Schon gut. Lohmann legte Micha zur Beruhigung seine rechte Hand auf die Schulter. Das steht im Jahresplan bestimmt nicht an erster Stelle. Vielleicht gibt es auch gerade keine Birnen. Aber ich schaue mal, was ich machen kann. Vielleicht kriege ich unter der Hand was hin. Lohmann trat einen Schritt zurück und zog sein lädiertes Bein nach. Jedenfalls könnte ich deine Hilfe gebrauchen, Michael. Ich habe noch eine große Kiste. Die steht gerade im Keller. Sie ist nicht sehr schwer, aber ziemlich sperrig. Und ich kann sie nicht allein durchs Treppenhaus buxieren. In den Fahrstuhl passt sie leider auch nicht. Oh, okay. Ich sage nur kurz meiner Mutter Bescheid. Micha machte sich gar nicht erst die Mühe, sie zu wecken. Denn das würde er sowieso nicht schaffen. Sie schlief tief und fest ihren Rausch aus Alkohol und Schlaftabletten aus. Also schrieb er ihr einen Zettel und legte ihn auf den Nachttisch. Micha war ziemlich aufgeregt, als Herr Lohmann vor dem großen Gemeinschaftsraum stehen blieb, wo seine Mutter und andere Hausbewohner an jedem Sonnabend die Wäsche wuschen und zum Trocknen aufhingen. Neben dem Raum gab es eine verschlossene Tür, hinter der es in Intervallen tief brummte und manchmal mechanisch klackerte. Und Micha sich jedes Mal fragte, wenn er davor stand, was für ein grässliches Monster sich wohl dahinter verbergen würde. Besonders das Klackern beflügelte seine Fantasie. Micha stellte sich vor, wie ein Roboter von einem fernen Planeten mit rotglühenden Augen von innen versuchte, die verschlossene Tür zu öffnen. Gleich würde er der Killermaschine Auge in Auge gegenüberstehen, dachte Micha und versteckte sich vorsichtshalber hinter Lohmanns Rücken. Lohmann zog sein Bein ran und steckte einen Schlüssel in das Schloss der eisernen Brandschutztür. Dann drehte er ihn um und drückte die Klinke runter. Die schwere Tür schwang auf, als hätte tatsächlich jemand von innen dagegen gedrückt. Micha kam ein Schwall warmer Luft entgegen, die nach Staub, Öl und Wasser roch. Kein Monster. Kein Roboter. Der Heizungskeller. Micha war fast ein bisschen enttäuscht. Da hinten! Lohmann deutete auf eine längliche Kiste aus Aluminium. An den Seiten waren jeweils Luftlöcher eingestanzt. Die Kiste sah aus wie eine dieser Transportkisten, die manchmal vor dem Lebensmittelgeschäft standen und in denen Obst und Gemüse transportiert wurde. Diese hier war nur ungewöhnlich lang. Micha tippte auf mindestens zwei Meter. Sie stand im Halbdunkel neben einem dunkelgrauen Kessel. Lohmann ging vor und Micha folgte. Er konnte die Kiste nun näher begutachten, weil sich seine Augen an das spärliche Licht gewöhnt hatten. Ihm fiel eine Schweißnaht in der Mitte der Kiste auf. Sie zog sich rundherum, auch über den Deckel, der aus zwei Teilen zusammengesetzt war. Offenbar hatte jemand beide Transportkisten zu einer, langen, verarbeitet. Du wirst sehen, sie ist nicht schwer, aber ein bisschen unhandlich. Da! Lohmann griff einen der Seitengriffe. Die kannst du ausklappen. Micha bückte sich und fasste mit beiden Händen nach den Griffen. Auch Lohmann beugte sich nach unten und neigte dabei den Kopf zur Seite. Das lange Pony verrutschte und legte seine bisher verborgene Gesichtshälfte frei. Micha erschrak, ließ die Griffe los und trat einen großen Schritt zurück. An der Stelle des Gesichts, wo er bei Lohmann ein ebenso strahlendes, sanftes, braunes Auge erwartet hatte, wie auf der rechten Seite, klaffte links nur ein dunkles Loch. Lohmanns komplette linke Gesichtshälfte war vernarbt, so wie er es mal in einem Medizinbuch bei einem Brandopfer gesehen hatte. Hab beim Kokel nicht aufgepasst, versuchte Lohmann, die Situation aufzulockern. Keine Angst, ich beiße nicht. Micha nickte schnell und nahm die Griffe wieder in die Hand. Ein Feuer war das, ein ziemlich großes Feuer in einem Hochhaus. Ich hab noch Glück gehabt. Alle im Haus außer mir sind verbrannt. Micha kroch ein Schauer über den Rücken, als er sich das nur vorstellte. Er schwieg und wartete, ob Lohmann weitersprechen würde. Er tat es nicht. Stattdessen griff er nach seinem Ende der Kiste und hob sie an. Micha hob die Kiste ein Stückchen höher und bemerkte erst jetzt, wie leicht sie sich tragen ließ. Sie kam gut voran und stiegen die Treppen hoch bis in den sechsten Stock. Ohne die Kiste auch nur einmal abstellen zu müssen, trugen sie sie bis zu Lohmanns Wohnungstür. Komm, da vors Fenster, da stört sie niemanden. Micha stand noch in der Tür und ließ den Blick schweifen. Links an der Wand stand, jetzt aufgeklappt, die Campingliege. Darauf lag ein blauer Schlafsack. Vor der Liege standen die beiden Holzkisten, die er am Abend zuvor gesehen hatte, befüllt mit Büchern und allerlei Krempel. Neben der Wohnungstür im Flur hatte Lohmann einen der beiden hellbraunen Lederkoffer abgestellt. Der andere lag mitten im Raum mit geöffnetem Deckel. Micha konnte ein paar Hemden sehen und eine zusammengelegte schwarze Korthose. Kein Tisch, kein Stuhl, kein Kühlschrank. Dafür stand auf dem Fensterbrett ein elektrischer Campingkocher und daneben waren ein paar Konserven gestapelt. Auf einem dicken Holzbrett lag ein halbes Brot und ein großes Küchenmesser und etwas in Brotpapier eingewickeltes, wahrscheinlich Wurst oder Käse. Micha trat in die Wohnung und trug die Kiste zusammen mit Lohmann an die vorgesehene Stelle. Dort stellten sie sie unter dem Fenster ab. Magst du Tee? Lohmann ging ins Bad und befüllte am Waschbecken einen Teekessel mit Wasser. Nein, danke. Meine Mutter macht sich bestimmt schon Sorgen, log Micha, der ganz genau wusste, dass sie noch tief und fest schlief und steuerte Richtung Wohnungstür. Willst du denn gar nicht wissen, was du da gerade mit mir nach oben geschleppt hast? Lohmann stellte den Teekessel auf eine der zwei Herdplatten und drehte sie auf. Micha fühlte sich eigenartig. Seine Mutter hatte ihm eingebläut, nicht mit Fremden mitzugehen. Und ihm wurde unbehaglich. Auf der anderen Seite fühlte er sich wohl in der Gesellschaft des einäugigen Fremden mit dem entstellten Gesicht. Er war allein, genau wie er. Keine Freunde, die ihm beim Umzug halfen. Sicher wurde er auch gemobbt, dachte Micha und nickte zaghaft. Doch. Lohmann öffnete die beiden Verschlüsse und klappte langsam den Deckel hoch. Die Kiste war mit dunkelgrauem Pyramidenschaum ausgekleidet. Es befanden sich vier knapp zwei Meter lange Röhren darin, die jeweils einen Durchmesser hatten wie eine Kinderfaust. Micha konnte nicht zuordnen, aus welchem Material sie gefertigt waren. Er vermutete Glas oder Plexiglas. Und sie schimmerten merkwürdig blau. Am Boden der Kiste lag eine chromfarbene Platte, die die Kiste fast komplett ausfüllte. Lohmann nahm einen hellbraunen, ledernen Gegenstand heraus, der so groß war und auch die Form hatte, wie das Lesebuch, das Micha in seinem Schulranzen hatte. Lohmann klappte ihn auf und ein weiterer Gegenstand kam zum Vorschein. Offensichtlich war das Lederding nur eine Art Hülle. Was es schützte, sah aus wie eine rechteckige, schwarze, glänzende Glasplatte. Lohmann streckte es mit der linken Hand Micha entgegen. Micha stand mit offenem Mund an der Wohnungstür und staunte. Die schwarze Fläche auf dem Glas hatte sich verändert. Sie strahlte in einem weißen Licht. Ein schwarzes Rechteck kam wie aus dem Nichts und füllte ein Drittel der jetzt weißen Oberfläche aus. In der Mitte des Rechtecks war ein auf die Seite gekipptes, weißes, gleichschenkliges Dreieck abgebildet, umrandet von einem transparenten, dunkelgrauen Kreis. Lohmann nickte Micha freundlich zu und tippte mit dem Zeigefinger auf das Dreiecksymbol. Was dann geschah, hielt Micha für Hexerei. Er konnte in dem Rechteck die Wohnung von Lohmann sehen, so als würde er durch ein kleines Fenster schauen. Ein Film und alles spielte sich auf dieser komischen Glasscheibe ab. Micha stand da wie angewurzelt. Jemand trat ins Bild. Es war nicht zu erkennen, wer, da der Bildausschnitt ungünstig war. Man sah nur den Oberkörper. Die Person trat einen großen Schritt zurück, schaute in die Kamera und sagte, Du musst mir jetzt ganz genau zuhören. Micha stand da wie hypnotisiert. Der aus dem Film, der sprach ihn direkt an. Und er kannte das Gesicht ziemlich gut. Es war sein eigenes. Als würde er in einen Spiegel schauen. Aber Micha kann sich nicht daran erinnern, dass ihn irgendjemand irgendwann gefilmt hätte. Das wäre ihm aufgefallen. Denn zu seiner Zeit war es sogar eine Sensation, wenn jemand eine Schmalfilmkamera besaß. Es ist noch nicht passiert, okay? Deshalb kannst du dich auch nicht erinnern. Verstehst du? Nein. Micha verstand gar nichts. Ihm wurde heiß und kalt. Sicher war er verrückt geworden, weil er sich so gerne in seiner Welt hinter der Welt versteckte, dachte er. Hör mir zu. Bitte. Du hast Angst, ich weiß das. Aber vertrau mir. Vertrau dir. Und vertrau Lohmann. Lohmann hatte die Kiste wieder verschlossen und sich draufgesetzt. Er nickte freundlich und seine Körpersprache zeigte nichts Bedrohliches. Was du hier siehst, ist deine eigene Zukunft. In zwei Jahren wirst du anfangen, durch die Zeit zu reisen. Doch es funktioniert nicht. Sie wird sich an ihrem 30. Geburtstag vom Hochhausdach stürzen. Und du kannst es nicht verhindern. Schon wieder. Nicht. Micha wurde heiß und kalt. Er hyperventilierte. Als hätte Lohmann Michas Gedanken gelesen, stand er auf, nahm etwas vom Tisch und reichte es Micha. Eine braune Papiertüte. Micha zog sie mit Daumen und Zeigefinger auseinander, hielt die Öffnung mit der linken Hand an den Mund gepresst und atmete hinein. So oft du es probierst, du hast es nie geschafft, unsere Mutter zu retten. Ich kann nicht mehr springen. Ich bin zu schwach. Also bist du derjenige, der sie aufhalten muss. Vertraue, Lohmann. Lohmann nahm Micha das Tablet ab und legte es auf den Tisch. Das Video, den Film, habe ich mit ihm, mit dir aufgenommen. In drei Jahren. Micha verstand nicht. Micha verstand gar nichts mehr. Lohmann ging zum Wasserkocher am Fenster und goss zwei Tassen Pfefferminztee auf. Hier. Lohmann setzte sich wieder auf die Kiste. Setz dich zu mir. Micha nahm neben ihm Platz und nippte an dem heißen Pfefferminztee. Tausend Gedanken gingen ihm durch den Kopf. Träumte er. Ist er verrückt geworden? Lohmann klopfte sanft mit der Faust auf die Kiste. Wir setzen auf etwas, das du eigentlich erst zwei Jahre nach dem Tod deiner Mutter finden wirst. Du wirst es nicht verkraften. Du wirst die Schule schmeißen. Du wirst anfangen zu klauen. Du wirst Bert den Schädel einschlagen. Warum? Micha hasste Bert, ja. Aber umbringen wollte er ihn nur in seiner Fantasie. Bert ist am Tag, wo Mutter, deine Mutter auf dem Dach steht, auch dort. Er ist dir gefolgt, als sie durch die Dachluke im vierzehnten Stock geklettert war, klettern wird. Du warst auch da oben. Leider zu spät. Bert war, ist dran schuld. Bert hatte dir am gleichen Tag eine Viertelstunde vorher Prügel angedroht. Dann bist du mit Schiss in der Hose in deine Wohnung zurückgerannt und hast dich wie ein kleines, ängstliches Kaninchen in deinem Zimmer versteckt. Deshalb ist dir auch der Zettel auf dem Couchtisch nicht aufgefallen, die Mutter, deine Mutter, geschrieben hatte. Micha hatte einen Kloß im Hals. Träumte er das alles? Warum klang Lohmann plötzlich so böse? Der blöde Brief. Hättest du ihn doch nur gleich gelesen. Was meinst du? Es war ein Abschiedsbrief. Deine Mutter hatte aufgeschrieben, dass sie es nicht länger aushält. Dass ja alles zu viel geworden war. Und dass du besser ohne sie dran wärst. Sie würde aufs Dach steigen und zu den Engeln fliegen. Micha fing an zu weinen. Er verstand nicht, was das bedeuten sollte. Es war doch noch gar nicht passiert. Bert ist deiner Mutter also gefolgt, als sie schon gefährlich nahe am Abgrund stand. Sie hatte ihn aus den Augenwinkeln entdeckt, sich dann aber wieder abgewendet. Dann hatte sie Bert wohl ihre ganze Lebensgeschichte gebeichtet. Vielleicht hat sie auch gehofft, dass er sie von ihrem Vorhaben abhalten würde. Und du? Musstest dringend auf die Toilette und bist nur deshalb aus deinem Loch gekrochen. Dann hattest du Durst. Hast dir ein Glas Milch geholt und den Brief entdeckt. Du hast alles stehen und liegen lassen und bist nach draußen gerannt. Du hast hektisch auf der Schalttafel vom Aufzug rumgehämmert. Der hing natürlich irgendwo ganz oben im 12. fest. Also bist du ins Treppenhaus und die Stufen raufgehechtet. Du musstest immer wieder anhalten, weil deine Lunge nicht mitspielte. Dir wurde schwarz vor Augen, aber du hast es schließlich doch geschafft. Leider nicht im letzten Moment. Als du durch die Dachluke gekrochen bist, hast du Berts Lachen gehört. Und diesen Satz. Spring doch, du Hure! Micha heulte und schluchzte. Lohmann schwieg eine Weile. Dann klopfte er Micha auf die Schulter und stand auf. Willst es wieder gut machen? Micha nickte und wischte sich mit dem Ärmel die Tränen beiseite. Komm, ich zeig dir was. Das Ding hier, das muss aufs Dach. Die Kiste? Alle Treppen hoch? Lohmann legte den Kopf zur Seite und schaute Micha mit runtergezogener Brauer an. Er stand im Lichtkegel der Birne, die von der Decke hing und hatte aus dieser Perspektive etwas Gruseliges an sich. Micha überlegte, was für ein Feuer das angerichtet haben könnte. Lohmann antwortete, als könnte er Gedanken lesen. Du wirst es nicht glauben. 2024 bricht im Keller dieses Hauses ein Feuer aus. Die Flammen fressen sich rasend schnell durch alle Etagen. Ich konnte mich gerade so mit einem Sprung durch die Zeit retten. Wie geht das mit der Z-Z-Zeit? Lohmann klopfte mit der flachen Hand auf die Kiste. Los, pack an. Wir müssen aufs Dach. Ich zeig es dir. Mit ein paar Ruhepausen zwischendurch schleppten sich Lohmann und Micha das Treppenhaus hoch bis zur Dachluke, die Lohmann erwähnt hatte. Wie sollen wir die Kiste da durchkriegen? Lohmann humpelte auf den Balkon und griff sich einen Haken, der an einem langen Staat befestigt war und am unteren Ende der Balustrade eingeklemmt war. Dann humpelte er zurück und zog erst die Dachluke heraus und eine zweite, die nicht gleich zu erkennen war, direkt daneben. Lohmann musste kräftig ziehen, da sie sich nicht gleich löste. Sie wurde selten benutzt und war nur dazu da, sperrige Maschinen oder Werkzeuge aufs Dach zu buxieren. Komm, auf meine Schultern! Oben liegt eine Leiter. Ohne die komme ich nicht so ohne weiteres nach oben. Micha sprang aufs Dach, ließ die Eisenleiter herunter, die Lohmann als Schiene benutzte, um die Metallkiste längst durch die Dachöffnung zu schieben. Micha nahm sie oben entgegen. Ihm fröstelte. Der dünne Anorak konnte ihn nicht wärmen. Lohmann hatte eine braune Kortjacke an. Bestimmt hielt die auch nicht viel wärmer, dachte Micha und blies seinen Atem in seine rechte Hand, der bei den Minusgraden dampfte. Das Dach war schmutzig. Vermutlich sah es selten einen Menschen. Rohre ragten heraus, aus manchen dampfte es und Schnee bedeckte den Kiesel, der überall ausgestreut war. Micha entdeckte einen Blitzableiter und die Fernsehantennen, die sich wie Spinnenfinger nach vorne streckten. »Komm!« Lohmann zog die Kiste durch den Schnee bis zu einem grauen, rechteckigen Kasten in der Mitte des Dachs. Dahinter vermutete Micha ein paar Stromanschlüsse. Lohmann zog einen Schraubenzieher aus der Innenseite seiner Jacke und öffnete damit die Tür, die den Kasten versperrte. Micha konnte dahinter Kabelbäume entdecken. Nichts Ungewöhnliches. Auf den ersten Blick. Versteckt hinter Klingeldraht lugte ein Kabel heraus, das ziemlich ungewöhnlich aussah. Es schimmerte, bläulich, wie die Röhren aus der Kiste. Lohmann zog inzwischen eine Kabeltrommel aus dem grauen Kasten und verband das lose Ende mit dem leuchtenden Kabel. Sofort fing auch das aufgerollte Kabel an zu glimmen. Lass es uns anschließen. Lohmann öffnete die Kiste und reichte Micha eine Röhre nach der anderen. Sie waren so leicht, dass sie Micha mühelos mit beiden Armen halten konnte. Plexiglas, war sich Micha jetzt sicher, so leicht wie die Röhren waren. Warum sie so seltsam blau schimmerten, war ihm immer noch nicht klar. Sie leuchteten regelrecht von selbst. Nicht so intensiv wie das Kabel. Eher so wie Phosphor. Lohmann hatte die blankpolierte Metallplatte aus der Kiste genommen, nahm sie in die eine Hand und die Kabeltrommel in die andere. Er lief Richtung Norden zum Rand des Dachs. Wo wollen Sie hin? Bring einfach die Röhren hierher. Micha folgte. Lohmann hatte die Platte inzwischen abgelegt und das andere Kabel mit der Platte verbunden. Micha ahnte, was er vorhatte. An den Ecken der quadratischen Platte waren vier runde Aussparungen zu sehen. Sie hatten den gleichen Durchmesser wie die Röhren und waren mit Gewinden versehen. Micha fragte gar nicht erst. Er schraubte die Röhren eine nach der anderen in das jeweilige Gewinde. Jetzt kommt der schwere Teil. Um den Energiekreis zu schließen, müssen die Röhren samt Platte dahin. Lohmann kniete auf dem Dachvorsprung und zeigte nach unten. Kannst du die beiden Röhren auf deiner Seite festhalten? Wir lassen das Ganze dann zusammen runter. Micha hatte Angst, so nah an den Vorsprung heranzutreten. Ihm wurde flau im Magen, obwohl er eigentlich keine Höhenangst hatte. Aber das hier war schon ganz schön hoch. Und es war sehr böig. Micha hatte nichts entdecken können, woran er sich hätte festhalten können, falls er das Gleichgewicht verlieren würde. Du musst auf die Knie gehen. Dann ist es nicht mehr so schwindelerregend. Micha kniete neben Lohmann und zitterte jetzt am ganzen Körper. Verkälte, da der eisige Wind immer stärker wehte. Halt nur deine Röhren fest. Lohmann schob die Metallplatte über den Rand und hielt mit beiden Händen seine Röhren umklammert. Siehst du den Metallrahmen? Micha wagte einen vorsichtigen Blick über die Dachkante und konnte ein Metallgestell erkennen, das ungefähr zwei Meter tiefer befestigt war. Es hatte ungefähr die Größe der Metallplatte. Wir müssen die Vorrichtung dort runterlassen und in die Verankerung drücken. Micha umarmte seine Röhren und ließ sie ein paar Zentimeter durch die Finger gleiten, immer wenn Lohmann ihn dazu aufforderte. Der Wind wurde stärker und die Röhren samt Platte bewegten sich gefährlich, umso näher sie der Verankerung kamen. Vielleicht auch nur, weil Micha hin und her wankte. Er hatte große Angst abzurutschen. Klack und klack. Schnappverschlüsse verankerten sich an beiden Seiten und hielten die Konstruktion nun fest im Griff. Im selben Moment fingen die Röhren an, hell aufzuleuchten und zu summen. Micha erschrak und stolperte zwei Meter rückwärts Richtung Dachmitte. Wofür ist das? Es ist Signalleuchten wie auf einem Flughafen? Flughafen, gar nicht mal so falsch. Lohmann drehte sich um und holte das Tablet hervor. Er nahm es in die linke Hand und schaltete es ein. Dann öffnete er eine App, die einen Kalender anzeigte. Micha stellte sich neben Lohmann und schaute ihm über den Arm. Er staunte über die Ziffern, die er sah, die so klar und farbig aussahen wie in einem Magazin. Aber das eigentlich Erstaunliche war, unter der vierstelligen Zahlenreihe war ein Foto abgebildet. Sein Zimmer. Micha bekam es mit der Angst zu tun. Er muss dann die warnenden Worte seiner Mutter denken. Geh nie mit Fremden mit. Zu spät, dachte Micha. Lohmann tippte ein Datum ein. Der nächste Geburtstag von Michas Mutter. Du musst dein zukünftiges Ich warnen. Er soll Mutter, deine Mutter retten. Warum machst du das nicht selbst? Ich bin schon zu oft gesprungen. Es ist wahrscheinlich, dass ich mich bei einem der nächsten Sprünge in meine Moleküle auflöse. Lohmann wartete nicht ab, was Micha darauf antworten wollte, und versetzte ihn mit beiden Händen einen kräftigen Stoß in den Rücken. Micha schrie, als er über den Dachvorsprung stolperte, das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Rette, Mutter! Es ist vorbei, dachte Micha und schloss die Augen. Er spürte den eiskalten Wind, als er kopfüber in die Tiefe rauschte. Er blieb erstaunlich ruhig, spürte keine Angst und sogar etwas Erleichterung. Sein so kurzes Leben war nicht einfach gewesen. Erst der Tod seines kleinen Bruders, für den er sich verantwortlich fühlte. Der Vater, der die Familie verlassen hatte. Micha fühlte sich schuldig. Und seine Mutter, die zu viel Wein trank und sich im Krankenhaus an den Medikamenten bediente, – das wusste auch er mit seinen neun Jahren schon einzuordnen – und wieder dieses Gefühl. Ich bin schuld. Jetzt würde es gleich vorbei sein, und er wäre erlöst. Doch nichts. Micha wurde aus seinen Gedanken gerissen, als er merkte, dass der kalte Januarwind verschwunden war. So ist es also zu sterben. Ganz sanft. Kein harter Aufprall. Micha öffnete die Augen. Er lag auf dem Rücken und in seinem Blickfeld. Oben an der Decke hing die alte, schon vergilbte Deckenlampe, die er so gut kannte. Sie sah aus wie eine Laterne aus Stoff. Und Bummi, der Bär, hielt in seinen Tatzen einen Brummkreisel. Micha lag auf dem Fußboden, mitten in seinem Zimmer. Ich bin nicht tot. Lohmann hatte mich nicht umgebracht. Er hatte nicht gelogen. Micha war in seinem Zimmer. Bin ich wirklich durch die Zeit gereist? Micha erschrak. Er stand auf und schaute sich um. An der Wand stand das Bett. Die Tür zu seinem Zimmer war nur angelehnt. Vorsichtig schob er sie einen großen Spalt auf, dass er hindurch sehen konnte. Er reckte erst einen Kopf hindurch und schlich dann auf Zehenspitzen Richtung Wohnzimmer. Keiner da. Micha war alleine in der Wohnung. Er schaute sich im Wohnzimmer um. Auf dem Couchtisch standen ein Blumenstrauß, eine Flasche Wein mit einer Schleife um den Flaschenhals und ein aus Sperrholz gesägtes Gewürzregal, in das die Worte »Für die beste Mutti« mit einem Lötkolben eingebrannt waren. An der Flasche Wein stand angelehnt eine Grußkarte. »Willkommen im Club, für Marion zum Dreißigsten, die beste Kollegin in der Polyklinik«. Micha lächelte. Schön, dass Mutti so nette Kollegen hatte. Doch dann erstarrte Michas Lächeln. Vor den Geburtstagsgeschenken lag ein weißer, handgeschriebener Brief. »Mein lieber Sohn, es tut mir so leid«, Micha las die folgenden Sätze wie hypnotisiert. Mit jedem neuen Wort hatte er das Gefühl, sein Gesicht würde mehr und mehr einfrieren. Als wäre sein Kopf in einem Schraubstock eingeklemmt und jemand würde langsam, aber beständig zudrehen. Ihm wurde abwechselnd heiß und kalt. Der letzte Satz im Brief brannte sich in sein Gedächtnis ein. »Ich werde gleich aufs Dach steigen und zu den Engeln fliegen«, Micha blieb wie angewurzelt stehen. Dann hörte er, wie jemand den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür steckte und umdrehte. Micha huschte in die Küche und kauerte sich hinter die Küchentür. Um auch sehen zu können, wenn jemand ins Wohnzimmer kommt, ließ er die Tür einen Spalt offen. Doch es kam niemand. Er hörte, wie eine andere Tür in der Wohnung geöffnet und wieder geschlossen wurde. »Das bin ich«, sagte er zu sich selbst. »Ich verkrieche mich wie ein Wurm in meinem Zimmer und ich werde den Brief zu spät finden.« Micha sprang aus der Hocke in den Stand, lief zum Couchtisch, nahm den Abschiedsbrief seiner Mutter, ging in den Flur und schob ihn vorsichtig unter den Türspalt des Kinderzimmers. Dann ging er zur Wohnungstür, öffnete sie, ging hinaus, atmete einmal tief ein und aus und schlug die Tür so fest, er konnte, ins Schloss. »Nach oben«, war der einzige Gedanke, den er noch hatte. »Ich muss sie retten!« Er rannte so schnell er konnte, ließ den Fahrstuhl links liegen, riss die Tür zum Treppenhaus auf und hastete die Stufen hinauf. Micha wusste nicht, woher er die Kraft hatte. Ohne anzuhalten nahm er die Stufen bis zur vierzehnten Etage. Die Angst, dass er zu spät kommen und den Tod seiner Mutter nicht verhindern könnte, war so groß, dass sie übermenschliche Kräfte in ihm freizusetzen schien. Auf dem letzten Absatz wurde ihm schwarz vor Augen. Er atmete hektisch, ging in die Knie und verschnaufte einen Moment. Dann drückte er mit der rechten Hand die Klinke der Glastür nach unten und stemmte sich mit aller Kraft dagegen. Die Tür schwang auf und knallte Bert, der dahinter stand, direkt an den Kopf. Der wankte kurz, stolperte und fiel auf seinen Hintern. »De Worm! Ich mochte dich alle!« Micha war sofort klar, dass das keine leere Drohung war. Merkwürdigerweise hatte er keine Angst vor Bert. Schon deshalb, weil ihm bewusst war, dass diese Gelegenheit gerade die beste Ablenkung war, um Bert davon abzuhalten, auf das Dach zu steigen, um seine Mutter dabei anzufeuern, vom Dach zu springen. Also nutzte Micha die Gelegenheit, dass sich Bert einen kurzen Moment überrumpelt fühlte und flüchtete auf den Balkon des Treppenhauses. Brüllend polterte Bert nur wenige Augenblicke später hinterher. Mit ausgestreckten, dicken Armen packte er den schmächtigen Micha an den Schultern und presste ihn grob an die Balustrade. Micha verzog das Gesicht vor Schmerzen. Er prallte mit voller Wucht mit seinen Schultern an das Geländer. Bert nahm darauf keine Rücksicht, packte ihn und zog ihn mit beiden Armen einen halben Meter in die Höhe. Micha hatte keine Chance. Bert war mittlerweile zwei Köpfe größer als er. Er wehrte sich nicht, auch als Bert ihn auf das Geländer setzte und langsam nach hinten drückte. Jetzt wirst du genau wie dein Bruder einen schönen Abflug machen. Was? Der kleine Bastard. Das weißt du nicht, he? Und sonst auch keiner? Ich wollte ihn eigentlich nicht runterschubsen, nur ein bisschen Angst machen. Hab den Zwerg aufs Geländer gesetzt und dachte, dass er sich festhält, aber nee. Der hat mit seinen kleinen Fäusten gegen meinen Arm getrommelt. Da hab ich ihn losgelassen. Micha schnaubte vor Wut. Dieses Schwein hatte seinen Bruder auf dem Gewissen. Mörder! Willst du mich jetzt am liebsten auch runterschubsen? Versuch's doch mal, he? Bert drückte Micha noch ein Stück weiter über die Brüstung, sodass Micha von selbst das Gleichgewicht nicht mehr halten konnte. Am ausgestreckten Arm hielt ihn Bert jetzt fest. Er hatte sein Leben in der Hand und Micha war sich sicher, er würde es jetzt gleich beenden. Micha schloss die Augen. Hauptsache, seine Mutter würde überleben, dachte er. Mit einem Mal zog ihn etwas kräftig zurück auf den Balkon und auf die Füße. Micha stolperte und landete rücklinks auf seinem Hintern. Er spürte einen spitzen Schmerz im Steißbein, den er sofort ignorierte. Am Balkongeländer stand nun Bert mit dem Rücken über das Geländer gebeugt. Vor ihm Lohmann, der ihn mit beiden Händen am Kragen packte und bevor Bert verstand, was gerade passierte, über die Brüstung schubste. Micha konnte nicht sehen, was dann passierte, aber er hörte die dumpfen Schläge, immer wenn Bert auf seinem Weg nach unten irgendwo aneckte. So hatte es sich Micha bildhaft vorgestellt. Wahrscheinlich liegt er da unten in einem Gebüsch, wimmernd mit gebrochenen Knochen und sein Leben nur noch an einem hauchdünnen Faden. Micha richtete sich auf und wollte sich über das Geländer beugen, doch Lohmann hielt ihn am Arm zurück. Lass uns Mutter, deine Mutter retten. Lohmann schob Micha ins Treppenhaus zurück. Er zeigte auf die geöffnete Dachluke. Wir müssen rauf, aufs Dach. Micha folgte und hörte, wie Lohmann direkt hinter ihm die Leiter erklimmte. Als Micha schon auf dem Dach war, drehte er sich um und reichte Lohmann für den letzten Meter seiner Hand. Dann standen beide auf dem Dach. Kein kalter Wind, kein verschneiter Boden. Es war ein lauer Frühsommerabend, der Geburtstag seiner Mutter. Vorsichtig zog Lohmann Micha in Richtung des grauen Stromkastens, hinter dem sich beide nun versteckten. Sie konnten von dort aus gut die andere Seite des Dachs beobachten. Und da saßen sie kauernd, Michas Mutter und Micha, die Version aus der Zukunft, in der er gerade war. Der Micha hielt seine Mutter fest im Arm und er meinte hören zu können, wie die beiden leise weinten. Alles gut. Lohmann klopfte Micha auf die Schulter. Diesmal hast du es geschafft. Sie warteten noch eine Weile, bis Michas Mutter und sein zukünftiges Ich durch die Dachluke verschwunden waren. Micha schaute Lohmann fragend an. »Und jetzt? Ist Mutter gerettet?« Lohmann nickte. »Und Bert? Wenn er schon tot ist, werde ich ihn nicht mehr umbringen müssen.« Lohmann legte väterlich den Arm um Michas Schulter und spazierte mit ihm über das Dach. Es war ein komisches Gefühl, da es Micha an den Moment erinnerte, der für ihn selbst erst ein paar Minuten her war, als Lohmann ihn vom Dach geschubst hatte. »Ich weiß es nicht«, sagte Lohmann. »Die Zukunft hat sich gerade geändert.« »Okay. Aber irgendetwas hast du. Ich kann's dir ansehen.« Lohmann blieb stehen und schaute einen Moment in den fast wolkenfreien Himmel, der sich schon gelb-rot zeigte. Dann schaute er Micha an und sagte ernst. »Weißt du, Michael, in der alten Version, in der ich, in der du Bert den Schädel eingeschlagen hast, ist etwas Sonderbares passiert, allerdings in der Zukunft.« »Was meinst du?« »Der Brand.« »Ich hab dir davon erzählt.« Lohmann zeigte auf seine vernarbte Gesichtshälfte. »Der, der dafür verantwortlich war, hat behauptet, ich hätte ihn vom Dach gestoßen und halbtot auf dem Asphalt liegen lassen. Bis jetzt dachte ich, dass es einfach ein Verrückter gewesen war. »Das heißt, du warst in einer Zukunft, die wir jetzt erst verursacht haben?« »Ich weiß es nicht.« Lohmann atmete schwer. Dann nickte er kurz und tippte Micha auf die Schulter. »Ich weiß nur, dass du jetzt gehen musst, sonst war das hier alles umsonst.« Lohmann griff Micha mit beiden Händen an den Schultern, drehte ihn und schob ihn Richtung Dachkante. »Aber du musst mir noch eins sagen.« »Spring jetzt.« »Du sagtest, Mutter.« »Das heißt, du bist ich.« »Als Erwachsener.« Micha hatte nicht bemerkt, dass die beiden mittlerweile den Rand des Daches erreicht hatten. Er spürte den leichten Stoß an seinen Schultern und dass Lohmann ihn losließ. Micha verlor das Gleichgewicht, schloss seine Augen und ließ sich fallen. Micha lag mit geschlossenen Augen in seinem Bett. Er hörte durch die Tür seine Mutter in der Küche. Sie machte gerade den Abwasch und sortierte das Geschirr in den Schrank. Micha öffnete die Augen und schaute auf die Holzstreben vom Lattenrost des Doppelstockbettes. War das alles nur ein Traum gewesen? Ein sehr intensiver, realistischer Traum. Micha schwang sich aus dem Bett. Sein Blick war geneigt. Ihm fiel sofort auf, dass er seine dunkelblaue Nietenhose nicht ausgezogen hatte. Kein Schlafanzug. Und er trug auch noch seine blauen Stoffturnschuhe mit der weißen Gummisohle und den Gummikappen. Also doch kein Traum. Micha öffnete die Tür zum Flur und lief langsam Richtung Wohnzimmer. Seine Mutter erschrak, weil er so angeschlichen kam. Oh, du bist ja wieder da. Hab deinen Zettel gefunden. Und, wie ist der neue Nachbar? Ähm, ganz in Ordnung. Muss nochmal los. Hab was vergessen. Okay, Junge. Vergiss nachher nicht, dir Abendbrot zu machen. Ich muss gleich arbeiten. Am Feiertag. Nimmt ja keiner Rücksicht auf eine alleinerziehende Frau. Micha hörte, wie seine Mutter einen Teller etwas zu heftig in den Geschirrschrank legte, sodass er zerbrach. So ein Mist! hörte er sie noch fluchen. Micha beeilte sich lieber, die Wohnung zu verlassen, bevor seine Mutter einen Wutanfall bekam. Zehn Minuten stand Micha vor Lohmanns Tür und dachte darüber nach, was an diesem verrückten Tag alles passiert war. Dann nahm er seinen Mut zusammen und klingelte. Lohmann öffnete sofort, als hätte er hinter der Tür gewartet. Erst einen Spalt und dann, als er Micha erkannte, zog er ihn schnell am Arm in die Wohnung und schloss dann die Tür. Er schotte Micha erwartungsvoll an. Und? Konntest du? Hast du Mutter gerettet? Micha setzte sich auf Lohmanns Klappliege und musterte ihn von oben bis unten, ohne seine Frage zu beantworten. Ganz ohne Stottern stellte er trocken fest, du bist ich. Lohmann setzte sich neben ihn und legte seinen gesunden Arm um Michas Schulter. Dann lächelte er. Sie lebt, ja? Mutter lebt? Micha nickte. Erleichtert atmete Lohmann aus. Du denkst also, ich bin... du? Dann erzähle ich dir jetzt die ganze Geschichte. Micha setzte sich aufrecht hin und hörte zu. Du erinnerst dich an dein zukünftiges Ich aus dem Video? Er war der Erste, der durch die Zeit gesprungen war. Er hatte die Zeitmaschine in einem versteckten Kellerraum entdeckt, nach dem Tod deiner Mutter und weil er sich dort verstecken musste. Er hatte schließlich Bert umgebracht. Alle suchten nach ihm. So schummelte er sich eine Weile durch sein verkorkstes Leben. Er klaute sich Essen zusammen und bediente sich an den Wäscheleinen im Trockenraum, damit er etwas anzuziehen hatte. Sie hätten ihn eingesperrt oder in ein Erziehungsheim gesteckt, hätten sie ihn entdeckt. Erinnerst du dich an den Heizungskeller? Micha nickte. Hinter den Heizungsrohren war ein versteckter Raum. Dort stand die Kiste mit den Röhren, eingestaubt. Es sah aus, als hätte sie jemand dort vergessen. Neben dem ungewöhnlichen kleinen Mini-Kino hier, Lohmann nahm das Tablet vom Tisch. Und ein kleines DIN-A5-Buch, in dem fein säuberlich beschrieben stand, was für ein fantastischer Apparat das war, in der Kiste. Es war die Betriebsanleitung zur Zeitmaschine. Lohmann blätterte in dem grau karierten Notizbuch, bis er eine bestimmte Seite gefunden hatte und hielt es Micha so hin, dass er selbst lesen konnte. Die maximale Anzahl von sieben Zeitsprüngen darf nicht überschritten werden, da die DNA des Springenden sich danach nicht mehr stabil rekonstruieren kann. Mit anderen Worten, man löst sich in Luft auf. Sechs Sprünge. Und jedes Mal musste Micha, der Micha aus der Zukunft, mit ansehen, wie seine Mutter vom Dach sprang. Er schaffte es einfach nicht, den Selbstmord zu verhindern. Mit seinem letzten Sprung hat dein älteres Ich dann mich aus meiner Zeit geholt. Er hat mir alles haarklein erzählt, wie ich aufs Dach steigen und Bert daran hindern sollte, Mutter aufzuhetzen, runterzuspringen. Aber es endete immer mit einem Faustschlag in meinem Gesicht, genau wie bei ihm. Meist lag ich halb ohnmächtig am Rand des Daches und konnte gerade noch zusehen, wie sie sprang. Micha schluckte. Lohmann ging zum Fensterbrett und holte ihm eine Tasse Tee. Aber du bist groß, erwachsen. Wie konnte dich der Wichser überwältigen? Nun, als Micha mich holte, war ich noch nicht so alt wie heute. Ich war selbst noch ein Kind, körperlich unterlegen und naiver als heute. Micha nippte an seinem Tee und hörte weiter aufmerksam zu. Wir mussten aufgeben. Ich hatte noch zwei Sprünge übrig. Die wollten wir nicht vergeuden, falls uns doch noch etwas einfallen würde. Wir haben dann zusammen erst unten im Keller gehaust und sind dort langsam erwachsen geworden. Als wir volljährig wurden, haben wir eine Wohnung hier im Haus gemietet, im vierten Stock. Unter falschem Namen, natürlich. Lohmann. Lohmann grinste. Wir haben uns Arbeit besorgt im Hygienemuseum. Dein Micha aus der Zukunft hat in der Werkstatt assistiert und Latex angemischt, aus denen dann Körperteile, Hände, Füße und Skelette gegossen wurden. Irgendwie gruselig, aber es passte auch zu ihm. Ich wurde Hausmeister. Micha musste grinsen. Hausmeister? Ja. Wir haben dann ein langweiliges, trauriges Leben geführt, ohne Partner an unserer Seite, ohne Freunde, immer im Verborgenen, mit der Angst im Nacken, dass uns die Stasi kriegen könnte und unser Geheimnis lüften würde. Wir haben oft diskutiert, ob ich nicht einfach in eine andere, bessere Zeit springen sollte. Ich hatte ja noch einen Sprung. Aber ich hätte dich, ihn niemals alleine zurücklassen können. Lohmann holte sich nun auch eine Tasse Tee und trank sie in einem Zug leer. Micha fragte sich, ob Lohmann sich nicht am heißen Tee den Mund verbrannte, doch er ließ den Gedanken los, als sein Blick über die Narben auf Lohmanns verbrannter Gesichtshälfte wanderte. Lohmann schaute Micha ernst an. Bis zu meinem 35. Geburtstag. Da sind wir beide aufs Dach gestiegen. Die Zeitmaschine war immer noch installiert. Die Haustechnik, falls sie mal das Dach oberflächlich inspizierte, hielt sie wahrscheinlich für Fernsehantennen oder sowas. Wir hatten eine Flasche Sekt mit nach oben genommen. Leider schlug Alkohol sehr schnell an, deswegen tranken wir nur sehr selten. Micha hatte das Steuerungsgerät heimlich mitgenommen und hinter seinem Rücken versteckt. Ich hätte ahnen können, was er vorhat. Es war seine Idee, meinen Geburtstag auf dem Dach zu feiern. Als wir die Flasche fast leer getrunken hatten, sagte er, dass es doch toll wäre, in die Zukunft zu schauen, zu sehen, ob wir auch in 20 Jahren noch als Junggesellen nur zu zweit unsere Geburtstage feiern würden. Wir standen gefährlich nah am Abgrund und ich hatte zu spät gesehen, dass er bereits ein Datum in das Gerät eingetippt hatte. Ich landete 20 Jahre später direkt in unserer Wohnung. Micha hat einen Zettel auf dem Tisch liegen lassen. Bin gleich zurück. Ich schaute mich um. Die Wohnung sah schäbig aus. Überall lagen leere Bierflaschen rum und ein großer Aschenbecher stand auf dem Tisch. Er hatte angefangen zu rauchen. Es stank nach altem Männerschweiß und kalter Asche. Ich lüftete erst mal und setzte mich dann auf das inzwischen abgenutzte Sofa, das noch an der gleichen Stelle stand wie 20 Jahre zuvor. Micha kam kurze Zeit später nach Hause. Er hielt eine Flasche Wodka in der Hand und wankte zur Tür hinein. Micha setzte sich neben mich auf die Couch und reichte mir den Wodka. Dann erzählte er mir jedes trostlose Detail aus seinem Leben allein, an das er sich mit seinem versoffenen Schädel noch erinnern konnte. Irgendwann waren wir beide besoffen. Und dann hörten wir ein ohrenbetäubendes Geräusch. Der Feueralarm. Wir wankten in den Hausflur. Überall war dicker, schwarzer Qualm. Er zog von unten durch das ganze Hochhaus nach oben. Also blieb nur ein Ausweg. Die Flucht aufs Dach. Micha nippte an der mittlerweile leeren Teetasse. Er stand auf, stellte sie auf den Tisch und setzte sich wieder auf die Camping-Club-Liege. Dann schaute er Lohmann mit großen, ängstlichen Augen an. Du hast es dir gemerkt, hm? Micha nickte vorsichtig. Lohmann sagte, für dich ist es ja keine paar Stunden her, dass ich erzählt habe, dass ich der Einzige war, der das Feuer überlebt hatte. Es war furchtbar. Wir rannten um unser Leben, die Flammen waren knapp hinter uns. Wir husteten uns die Seele aus dem Leib. Der giftige Rauch ätzte in unseren Lungen. Als wir im 14. Stockwerk waren, hast du, hat Micha, die Balkontür geöffnet, um den Haken für die Dachluke zu holen. Dummerweise hat das den Brand noch beschleunigt. In letzter Sekunde hast du es geschafft, die Luke herunterzuziehen. Du hast mich auf die Leiter gedrückt. Los, rauf da! Lohmann schwieg. Was ist dann passiert? Ich weiß es nicht genau. Du bist nie hinterhergekommen. Ich war benebelt vom Qualm und vom Alkohol. Ich war ja nichts gewöhnt. Ich habe geschrien, aber du bist nicht gekommen. Micha konnte die Träne sehen, die aus Lohmanns gesundem Auge die Wange hinunter ran. Lohmann schluckte den Schmerz hinunter und erzählte weiter. Dicke Rauchschwaden zogen inzwischen durch den Durchgang zum Hochhausdach. Es qualmte wie aus der Esse eines Hochofens. Dann habe ich diese Hand gesehen. Mitten im Rauch. Micha, Micha, habe ich gerufen. Ich habe mit dem linken Arm Mund und Nase verdeckt und bin gebückt zur Luke zurück. Es brannte hellisch in meinen Augen. Ohne etwas sehen zu können, habe ich einfach nach der Hand gegriffen und dem Mann, zu dem sie gehörte, aufs Dach hochgezogen. Erst als ich die Augen wieder öffnen konnte, erkannte ich, dass es nicht Micha war. Der Kerl sprang auf mich zu und fing an, mich zu würgen. Du Drecksack, du hast mich zum Kropel gemacht, rief er immer wieder. Ich war schlagartig nüchtern und konnte sehen, dass das Gesicht des Mannes entsetzlich entstellt war. Als wäre es mehrere Male in der Mitte zerbrochen. Da, wo die Nase mal war, klaffte ein Loch. Riesige Narben zogen sich quer über sein Gesicht und er hatte nur noch wenige Zähne im Mund. Der Mann war fest davon überzeugt, ich hätte ihn vom Balkon gestoßen. Ich habe keine Ahnung, was er damit meinte. Micha überlegte kurz, ob er Lohmann jetzt sagen sollte, was er mit Lohmann in der Zukunft erlebt hatte. Er ließ es lieber sein und hörte weiter zu. Der Irre hat mich dann zurück zur Dachöffnung gezerrt, die mittlerweile Feuer gefangen hatte. Auch er stand komplett in Flammen, aber es schien ihm überhaupt nichts auszumachen. Ich konnte nicht weg und spürte, wie es immer heißer und heißer wurde, sich meine Sachen entzündeten. Ich brannte lichterloh. Ich drehte mich zur Seite, aber die Flammen hatten auch schon mein Gesicht erreicht. Etwas gleißendes, brennendes, schoss mir direkt ins Auge. Ich schrie vor Schmerzen. So laut, dass der Irre seinen Griff kurz lockerte. Geistesgegenwärtig versetzte ich dem Mann einen Tritt und konnte mich losreißen. Der stolperte und das Letzte, was ich von ihm sah, war, wie er einen Schritt zu viel nach hinten machte und in der brennenden Dachluke verschwand. Mit letzter Kraft habe ich mich zum grauen Stromkasten geschleppt. Das Kabel war immer noch angeschlossen und hinter dem Kabelbaum im Stromkasten hatten wir das. Lohmann hielt wieder das Tablet hoch. Steuerungsgerät versteckt. Oh, und dann bist du in die Vergangenheit gesprungen? Ja, nach 1982. Zu deinem Ich in der Zukunft. Fast hätte ich es nicht geschafft. Ich blieb mit meinem Bein hängen, hab es mir so verdreht, dass es, na ja, das weißt du ja. Lohmann legte seine Hand auf das kaputte Knie. Ganz schön verwirrend, hm? Micha nickte. Ich hab mich dann eine Weile gesund gepflegt und dann haben wir irgendwann die Idee gehabt, dir das Geheimnis der Zeitmaschine zu verraten, bevor du sie gefunden hast. Und dann haben wir den Film aufgenommen. Lohmann hielt das Tablet in der Hand wie ein Sportler einen Pokal nach der Siegerehrung. Micha lächelte schief. Was ist los? Ach ja, Lohmann legte das Tablet zurück auf den Tisch, drehte sich um und setzte sich neben Micha. Er schaute ihm in die Augen und sagte, nein, bin ich nicht. Was? Du wolltest wissen, ob ich du bin. Also eine weitere Version von dir. Bin ich nicht. Aber du hast gesagt, rette Mutter. Ja, ich weiß. Ich bin Lars, dein Bruder. Lars lächelte. Er wusste bereits, dass Micha sicher in seiner Zeit gelandet war. Diesmal hatte es funktioniert. Er schaute zufrieden auf das Tablet und die Jahreszahl, die jetzt grün eingefärbt war. Gerade wollte er das Tablet ausschalten, als er ein Icon bemerkte, das ihm vorher nie aufgefallen war. Eine Verknüpfung zu einem Video. Lars setzte sich an den Rand des Hochhausdaches und schaute sich um. Er war allein. Der laue Sommerwind kühlte seinen Nacken und er merkte, wie sich sein Puls beschleunigte, als er das Video anklickte. Ein Mann in zerfetzten Army-Klamotten mit einer Sturmhaube über dem Kopf schaute in die Kamera. Im Hintergrund war schwarzer Rauch zu sehen und man konnte Detonationen hören und kreischende, unnatürliche Geräusche, die Lars noch nie zuvor gehört hatte. Der Mann zog sich die Sturmmaske herunter. Seine langen, grauen, verschwitzten Haare hingen ihm quer ins Gesicht. Mit beiden Händen griff er in die Mähne und streifte die Haare nach hinten. Jetzt konnte Lars sehen, mit wem er es zu tun hatte. Diese Brandnarben kannte er nur zu gut. Er sah sie jeden Tag, wenn er sich im Spiegel betrachtete. Lohmann, hör mir gut zu. Du musst noch einmal springen. ins Jahr 2039. Lohmann sagte leise zu dem Mann, obwohl er wusste, dass es nur ein Film war. Das geht nicht. Das weißt du. Vertrau mir. Ich weiß, dass du denkst, dass du keinen Sprung mehr übrig hast. Der Lars aus der Zukunft zoomte das Bild ganz nah an sein Gesicht und zwinkerte mit dem gesunden Auge in die Kamera. Aber irgendwie musst du ja hierhergekommen sein. und das ein ist. Das ist das 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 Untertitelung des ZDF, 2020